so da sind wir auch wieder ab zu samuel ich vermute mal das ist jetzt nicht der letzte der lechte der letzte kampf bereit den laut regenten zu treffen es wird zeit dass wir uns um ihn kümmern höchste zeit ja bereit bin ich muss jetzt maske auf los geht's der dunwell tower ihre letzten erinnerungen an den dunwell tower dürften keine guten sein vielleicht machen sie jetzt etwas damals passiert ist vom wasserschoss aus wird es eine kleine kletterpartie das wichtigste ist den lord regenten zu töten er hat sich da etwas auf dem dach gebaut nennt es einen schutzraum oder so verrückt wenn sie mich fragen wenn ich ihnen schon die große führung gebe hier befindet sich die sendezentrale aus der die ganzen bekanntmachungen kommen könnte interessant sein wenn wir uns wiedersehen wird der lord regent tot sein und wenn nicht war es eine ehre mit ihnen zu dienen sehr optimistisch danke okay erst mal hier hier auf so ich vermute mal darauf so mei an 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 Das heißt, ihn suche ich. Er ist da oben, auf dem Damm, aber es ist ja nicht schlecht. Er ist ja nicht mehr und er über das Geländer schaut, aber manchmal genießt er wohl die Aussage von da oben. Oh, dann klar. Das war ein Damm zu mir auch sehr. Was? Scheiße, kann ich nicht machen. So, das Ding ist außer Betrieb. Schon mal sehr gut. Hier haben wir ein bisschen Mana. Warte mal, jetzt kurz Nachtsicht. Ich bin sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. So, das wird mal nehmen. Ach, du Scheiße. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war ein Vierschuss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Ding wird schwierig Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alter! Aufstehen! Sofort! Bitte helf mir! Wach! Zu mir! Rими! Kunn's Maid bang! Run! OK! Shut the hell! Alter! Wie soll ich da jetzt rankommen? Ewa! Moment! Gehen wir mal zurück! Mir reicht's! Ich verschwinde! Wir machen! Gehen wir mal! Was ist das? Na los! Bluteschutz! Feuer! Mann! Oh! Schön, dass ich jetzt so ein bisschen ruhig bin, aber das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Toll. Da ist noch was. Ich glaube, wo oben weit ich war. Ja, hier oben weit ich glaube ich. Gut. So. Oh. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom... Ja, genau. Ja, da ist es so... Das ist so, ich glaube, es ist so... Naăăăăăăăătabra mâna... Ja! O, aîăăăă! Daăăăăăă! Daăăăăăăă! Na, komm. So. 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 Phew. So. 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 Puh! Was sind denn da zwei hier? Na, komm. Lass es. Gut, wir probieren es nochmal. Nein. Gut, wir probieren es nochmal. 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 Gut, wir probieren es nochmal.